Leute, willkommen zu einem Video von meinem Podcast. Heute mit einem Podcast Video. Dann machen wir natürlich noch das 1 stündige Video mit Roblox. Und wir suchen Leute, die an unseren Dings teilnehmen. Bin gleich dieser und nur mein allwissendes Buch. Ich hab mein allwissendes Buch. Und hier ist mein Opa. Da drinnen stehen, wieviel Werbpunkte er hat. Ihr wisst, dass alle wissen, das Buch von Radma Deven Devener oder wie auch immer heisst. Deven Dehner. Aber wir schreiben mal, pass auf. Das, was wir immer schreiben, machst du beim Gewinnspiel mit, wo man nichts gewinnen kann. Leute, bei dem Gewinnspiel kann man einfach nichts gewinnen, was ich mach. Bis jetzt hat er, der mit den meisten Punkten ist sich jetzt, Lina plus LOL ist gleich Herz. Der hat bisher die meisten Punkte mit 4 Punkten. Und Spion LK3 hat bisher noch 3. Okay. Dann los. Warte. Ich schreib noch die Chancen auf. Jeder hat, jeder hat, jeder hat 4, nee, 3 Chancen. Und du musst Dritter, Zweiter oder Erster werden. Und natürlich noch das, was am wichtigsten ist, was jeder Teilnehmer wissen sollte, bevor er dran teilnimmt, ist, dass er... Ja, er will es gar nicht wissen. Ich habe es auch gerade vergessen, Leute. Dann tragen wir mal unsere allerwissende Liste ein. Devin Dehner. Devin Dehner. Mal sehen, wie viele Punkte er sammelt. Leute. Ich glaube nicht gerade sehr viel Leute. Ich glaube... Verspiel noch mal eine Welt von mir, Leute. Damit ihr... Leute, in dem Gebüsch ist was, glaube ich... Ach und Leute, wisst ihr was? Das, was das ist, was ich habe gesehen. Da ist Devin Dehner. Da ist Devin Dehner. Da ist Devin Dehner. Er... Er hat den Punkt. Der hat einen Punkt. Devin Dehner hat einen Punkt. Der gute Dehner. So. Was sehen wir am Ende des Monats? Gewinnt, Leute. Das ist die Frage. Ah ja, ich wollte noch schreiben. Mache. Mache. Grade. Y. C. Video. Seitdem ich die Abkürzungen nicht kenne. Wir gucken, ob noch jemand anderes ist, den wir vielleicht mit reinnehmen können, Leute. Nein? Wir können noch... Ne, Burl, was ist gerade nicht, oder? Johnny Burl. Und ja, wir können Burl... Burl... ...Craftenman nicht reinnehmen. Wir haben den Jäger... ...Youtuber an mir, Leute. Mal sehen, ob er Erster wird, bekommt euch einen... Also, schreib mal. Warst du... ...Erster... Cool. Dann... Bonus... ...Punkt. Ja, er hat einen Bonus-Punkt. Und wir schreib noch, dass wir... Mache. Grade. Y. T. Video. Warte, wie ihr schon wisst. Bonus-Punkt. Und... Alter, ich denk... Ich... Also, Leute... Ich denk, der, wenn... Der wird, wenn er... Jeder Spiel hat ja drei Versuche, ne? Und ich denk, der wird's auch schaffen... Und ich denk, der wird's genauso wie alle anderen schaffen hier. Ja, ich schaff dir ja fünf Punkte, Leute. Ja, ich schaff dir ja fünf Punkte. Weil dann könnte der Theoretiker... Ding sein. Ich kann euch dann... Also, Leute... Der Devin Devener wurde besiegt, Leute. Ich schätze, ich... Ich schätze mal, der Devin Devener wurde besiegt. Und wurde er besiegt, der Devin? Der Devin wurde besiegt. Gut, Leute. Wir werden... Wir werden's jetzt auch schwieriger machen. Und einen Pott wegnehmen. Hey, hey, wir wollen Team. Okay, du willst so? Dann kriegst du's auch so. So, Devin Devener. Du weißt aber, dass 8-Bit der beste Brawler ist, oder? Dann kill ich dich halt. Alter. Leute, will der mich grad vor Ort? Ich geb den die Chance, bei dem Gewinne mitzumachen. Wir können Johnny mitmachen und mal lassen. Und mal fragen. Wir können mal gucken, auf welchen Platz Devin Devener ist. Leute, ich weiß nicht. Er hat einfach mal ein... Er hat 4 Punkte. Wie Lina plus LOL ist das Scherz. Und das Beste an der Sache ist... Leute, hört mir mal zu. Nämlich, dass... bald ein... Ihr habt früher gebestimmt auf das Finale von Gatchelauf, ne? bald kommt ein Trailer zum Finale von Gatchelauf, Leute. Das wollt ihr sicher nicht verpassen. Das ist nicht Devin Devener. Es war so klar, dass es nicht Devin Devener vorhin war. Es war so klar. Devin, nein, rette mich. Und das Beste an der Sache ist... Leute, hört mir mal zu. Nach der Runde, ich bin mir eine von mir erbauten. Leute, ihr wisst... Ihr wisst... Devin Devener lebt noch LOL. Wer denkt an, er wird... Also, bis jetzt ist Devin Deven... Also, bis jetzt ist Devin Devener erster Platz. Dina plus LOL ist das Scherz ist dritter. Und Bion LKL1 ist bis jetzt dritter. Und Lina plus LOL ist das Scherz ist bis jetzt zweiter, Leute. Das wisst ihr. Der hat leider keinen Bonuspunkt bekommen. Aber, Leute, es gibt noch mehr Teilnehmer. Und wir wissen noch nicht, wer gewinnen wird, Leute. Leute, wir wissen noch nicht, wer gewinnen wird. Also, wenn Devin Devener jetzt richtig geil abbringt, mit den Punkten, dann wird's... Dann wird's vielleicht schwer werden, Leute. Und denkt dran. Niemand wird in diesem... Gewinnt wie gewinnt niemand. Das ist bloß so Spaß. Ihr könnt gern mitmachen, aber es ist bloß so Spaß da, Leute. Also, bitte nicht auf irgendwas versteifen, was dann gar nicht kommt. Nein, aber da ist sie, da ist sie. Ich hab sie doch gesehen, Mann. Nein, wir sind ja vorhin aufs Gadget gekommen. Wir müssen jetzt Devin Devener finden. Wir müssen Devin Devener finden. Wo auch immer ist der gute Devin Devin Devener. Devin Devener. Da. Pech. Da ist er, der Devin. Warte, Devin. Hier, bitteschön. Ein Feld... Warte, ich will Team. Ich hab dir das Feld hergestellt. Ich will Team. Ich will Team. Ich will Team. Ich hab das Feld hergestellt. Ich hab das Feld hergestellt. Leute, Alter. Warte, hoffentlich verliert er jetzt einen vierter Mann. Der hat ja nur noch eine Chance. Oder der hat nur noch zwei Chancen. Wer ist jetzt wieder auf dem Showdown? Nein, los, kill ihn, kill ihn jetzt. Komm doch nicht weiter, los, kill ihn, kill ihn doch. Kill ihn jetzt einfach. Ja, 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 ja. Noch ein Schlag. Er hat einfach... Er... Also, Leute. Devin Devener ist jetzt der erste Platz. Und das Schlimme an der Sache ist ja noch, ich glaub, Lina plus Loli ist gleich... Herz könnte auch noch gewinnen. Wisst ihr wieso? Denn... Nach ein... Denn... Jeder Spieler bekommt noch eine... Zweite... Immer eine zweite Chance, Leute. Stellt es euch mal so vor. Also, am 10 Tag... Wieder... Wenn er da verloren hat, hat er da ein Pech. Und am nächsten Tag kriegt er noch mal eine Chance. Und... Ja, und... Morgen kann Lina plus Loli ist gleich Herz noch mal spielen. Und vielleicht Devin Devener noch mal aufholen. Der hat schon sieben Punkte, Leute. Bis jetzt ist er erster, Alter. Er ist so richtig geil drauf, Mann. Ich dachte, Lina plus Loli ist gleich Herz. Ist... Sie ist ja auch... Lina plus Loli ist gleich Herz. Ist auch krass. Ach, und übrigens... Ähm... Ein Spion LK... Ähm... Spion LK N2, oder wie er hieß. Grüße gehen an dich raus. Und an Lina plus Loli ist der Herz. Gehen auch Grüße raus. So, und jetzt ist das Video vorbei. Oh, der... Er will jetzt schon aufhören. Er hat sieben Punkte und will aufhören. Nein. Leute. Er hat noch genau zwei Chancen. Aber er hat noch genau zwei Chancen. Werden wir jetzt alles machen, um zu verhindern, dass er gewinnt. Na, Teron werden wir auf jeden Fall uns ein- und freigegeben. Nehmen. Das auch noch mal nicht mit gut. Wir killen jetzt Devin Devin, aber... Devin Devin hat keinen Spaß mehr. Wir killen jetzt Devin Devin. Das ist Devin Devin. Das ist Devin Devin. Wir haben ihn gekillt. Wir haben ihn gekillt. Leute. Ich bin so geil. Guckt euch mal an. Der Herr am Haus. Also, Leute. Bauts. 2008. Bauts. Das ist der Herr hier. Und ich bin im Showdown. Ja, Mann. Leute, ich weiß noch, ob ich das mal ein Video hatte. Aber einmal war ich im Showdown. Und hab den... Und da war noch das Showdown-Symbol da einfach... Und ich hab den einfach gekillt. Das war die nächste Showdown-Runde, die es bisher gab, glaub ich. Huuu. 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 Also, er hat noch eine Chance. Huuu. 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 Er ist gegangen. Dann bleiben seine Punkt... Dann bleibt seine Punktzahl halt auf 7. Und für Leute, die frühzeitig gehen... Leute, wisst ihr, was mit dem passiert? Leute, die frühzeitig gehen, bekommen keinen Punkt. Nämlich die, die... Also, passt auf Leute. Wenn einer frühzeitig geht, bekommen die rechtlichen Leute noch immer... Bekommen die rechtlichen Leute immer einen Punkt dazu. Also, hat Spion LK jetzt 4 Punkte. Lina plus LOL ist gleich. Herz hat jetzt 5 Punkte. Und Devin Demner hat 7 Punkte. Und Lina plus LOL. Und Bion LK. Kann morgen nochmal Punkte holen. Zum morgen nochmal Punkt holen, Leute. Und der hat einfach mal verlassen. Ja, Moin. Da hat halt Pech. Ich würde sagen, schau bis zum nächsten Mal. Bis zum Stream dann. Leute, ja.